So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, theoretisch. Ich habe letztens hier so ein Paket bekommen von der Veronika, der Lenz ist da, ne? Und die hat mir zwei so Gläschen 2019 scharf reingepackt. Irgendwie selbst gemacht von ihrem Papa oder so, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das wird irgendeine scharfe Chili-Paste sein, selber gemacht. Und die wollte ich mal ausprobieren. Ich habe ja geschrieben, kann man ja vielleicht mal zu einem Döner testen. Pupsi ist jetzt gerade gekommen. Es ist hier gerade Freitag. Freitag ist immer Döner-Tag beim Restaurant Hibu Haus. Und da kosten Döner nur 3 Euro. Deswegen haben wir zugeschlagen, haben uns jetzt hier mal Döner geholt. Beziehungsweise Pupsi hat einen Döner, ich habe einen anderen Döner. Und sie hat dann zusätzlich noch Pommes mit Käse überbacken oder so. Oder mit Käse, Soße und einen Cheeseburger. Pupsi hat gesagt, sie hat nämlich Hunger. Jetzt hat sie also 10 Sachen genommen, ich nur eine Sache. Döner wollten wir ja eh mal mit euch testen, für euch testen vom Restaurant Hibu Haus. Weil die so einen unglaublich starken Preis haben von 3 Euro im Angebot. Haben wir letztens schon mal gemacht, habe ich nicht gefilmt. Jetzt können wir das nochmal machen. Können euch den Döner direkt mal zeigen. Euch sagen, wie der schmeckt. Und können gleich diese Veronika-Paste probieren. Das mache ich aber zu Hause. Deswegen laufen wir jetzt heim. Gucken uns dann mal an. Ist das scharf? Ist das nicht scharf? Sie hat gesagt, bitte vorsichtig dosieren. Aber wie sie mich kennt, knall ich mir alles drauf. Also mal gucken, ob das was ist. Vielleicht ist es auch was für Pupsi. Die kann da auch gleich mal mitprobieren. Wir gehen jetzt hoch und sehen uns gleich oben beim Döner. So, wir sind jetzt angekommen. Ich muss mir gerade noch bei meiner Erb-Battle die Bewertungen ein Stück reinziehen. Pupsi hat schon gegessen. Natürlich hat sie wieder die Hälfte Pommes übrig gelassen. Die Hälfte Döner, die Hälfte Burger. Jetzt muss der Ramses dann alles essen, damit er groß und stark wird. Und wir haben aber auch unseren Döner. Und guckt mal, wie dick und fett und groß der aussieht. Ist das nicht unglaublich? Da ist auch ein X drauf. Ich habe den Döner nämlich extra ohne Soße genommen. Aber extra scharf. Eigentlich komplett sinnlos, weil ich ja hier extra scharf habe. Steht sogar auch drauf. Hier steht also 2019 Scharf von Veronika. Veronikas Döschen. Und hier nochmal. Da waren eigentlich keine Ahnung, was da drin war. Da steht Zwergenwiese. Aber auch 2019 Scharf. Heißt das jetzt, dass das 2019 da eingekocht, eingelegt, eingemacht wurde? Und dass es halt Scharf ist? Oder soll das ein richtiger Name sein? 2019 Scharf. Und vor allem ist das beides jetzt das Gleiche? Und das hier sieht nämlich irgendwie ein bisschen öliger aus. Und das irgendwie doch ein klein bisschen heller. Ich glaube, das ist beides dasselbe trotzdem. Einfach halt scharf. Wenn es irgendeinen Namen dafür gibt, irgendeinen Titel, keine Ahnung. Wir, lassen wir mal zu, den dicken Napf. Wir machen mal das hier auf. Beziehungsweise Pupsi hat es aufgemacht. Hat ganz kurz nur mit der Gabel eine Spitze probiert und gesagt, Mh, bist du verrückt? Das ist so scharf. Da brauchst du nichts drauf machen. Das kannst du dir nicht auf den Döner machen. Wir machen den Döner jetzt aber erstmal auf. Und nur sagen, wie gesagt, bei uns normalerweise Döner 4,50. Wenn er im Angebot ist, bei Abo oder McDonner, dann vielleicht für 4 Euro. Oder 3,50. Ich glaube für 4. Ich glaube statt 4,50 dann für 4. Aber beim Restaurant Hibu Haus im Angebot für 3 Euro. Und das finde ich sehr genial. Pupsi hat letztens einen probiert und hat gleich gesagt, der hat ihr richtig gut geschmeckt. Vor allem, weil der auch nicht so fettig war, wie von McDonner und Abo. Also, gleich heute los. Gleich wieder den nächsten gegönnt. Guckt mal und setzt mal hier an, was der da so macht. Beziehungsweise, ich nehme euch mal kurz. Das ist ein Döner. Man sieht jetzt aber kein Fleisch. Ich glaube, es ist ein Vegetarischer. Das Fleisch hat sich ein bisschen versteckt. Sag mal so. Den können wir mal hier aufmachen. Können wir mal so zeigen. Jetzt habt ihr hier auf der Seite auch das Fleisch. Extra scharf sehe ich jetzt an sich eigentlich nichts. Aber wir haben ja unsere Paste und da bin ich jetzt gespannt. Denn es kommt jetzt nicht auf den Döner an. Döner, muss ich sagen, hat mir beim letzten Mal richtig gut geschmeckt und eben auch nicht zu fettig. Und jetzt geht es ja in dieser Folge um die Paste in Zusammenarbeit mit Restaurant, Hibu, Haus und dem Döner. 2019 scharf. Ich glaube, ich werde mir erst mal auch hier so eine Spitze. Pupsi hat ja wirklich... Wir machen es mal wie Pupsi. Pupsi ist hier rein. Und das hier, das, das ist die zehnfache Menge von dem, was Pupsi überhaupt probiert hat. So, ihr habt irgendwie eine Essignote dabei, was ein bisschen wie Samba Oleg wirkt. Und dann macht es sich gleich auf den Weg und zieht sich durch den ganzen Rachen, den ganzen Gaumen entlang, alles hoch. Ich merke jetzt schon, dass die Augen leicht anfangen zu drehen. Ihr glaubt das nicht. Also, ihr denkt, ich mache jetzt Scherze oder so. Das war doch so wenig, da merkst du doch eigentlich gar nichts. Aber doch, ich merke was von so einem kleinen bisschen. Aber es ist nicht einfach nur scharf. Es hat auch eben diese Essignote vorne mit drin, die ich eigentlich recht interessant finde. Und ich möchte jetzt eben mal den Wurf wagen. Wir nehmen uns jetzt mal hier so einen ganzen Batzen, knallen den mal hier auf den Döner so drauf, legen das Messer hier mal zur Seite. Ihr habt jetzt also hier diese Soße drauf. Wir beißen jetzt mal hier rein, gucken mal wie das schmeckt mit der Soße. Irgendwie kommt da eine... eine richtig süßliche Note auch durch. Und dann wechselt das zu säuerlich, zu essig, zu scharf. Das Auge fängt auch mal an zu drehen und zu brennen. Irgendwie schmeckt es jetzt aber auch extrem salzig auch gleichzeitig. Ich weiß nicht, was da alles drin ist, aus was das alles besteht. Und irgendwie habe ich jetzt eine salzige Note auch noch dabei. Wir nehmen nochmal so eine ganze Messerspitze voll. Obwohl wir jetzt schon deutlich was merken. und packen das hier drauf, beißen hier mal ab. und packen das hier drauf, beißen hier drauf, beißen hier drauf, beißen hier drauf. Also ich kann es wirklich schlecht beschreiben. Es hat auf jeden Fall eine Schärfe, eine Schärfe, die man merkt. Aber ich finde, irgendwie ist das so ein richtig aufdringlicher, salziger Geschmack dabei. Sobald ich abbeiß, das ist so vordergründig auf einmal. Dass du wirklich denkst, du hast den Salzstreuer aufgemacht und hast dir den ganzen Bottich mit einmal reingeschoben. Muss das so salzig sein? Ist das Salz mit dran, jede Menge? Oder was ist das? Wie kommt das, dass das so schmeckt? Die Schärfe. Gute Sache. Schärfe passt auf jeden Fall, scharf ist es, aber... Wenn ich mir das jetzt wirklich in so Portionen da drauf knall... Dieses Salzige da auf dieser Zunge... Vielleicht ist es gar nicht salzig, vielleicht ist es auch scharf, aber... Das ist nicht scharf, das ist salzig einfach. Es wirkt irgendwie etwas aufdringlich und komisch. Also, weiß ich nicht. Beim ersten Probieren fand ich es richtig gut. Jetzt muss ich sagen, äh... Ist mir das irgendwie trotzdem zu salzig. Wir essen das natürlich trotzdem, wir werfen das nicht weg. Mein Gott, das ist ein Geschenk, das wurde extra so gemacht. Wir packen uns also die nächste Gabel drauf und Adi, mach es bitte nicht. Leck da nicht dran rum. Es muss Salz sein, das ist Salz ohne Frage. Salz, Salz, Salz. Ich fühle mich gerade wirklich, als würde ich so eine Dose... extrem salziges Heringsfilet essen oder... Irgendwie auf den Jahrmärkten gibt es auch immer die Stände, wo die immer diese Fischbrötchen verkaufen. Und man denkt, oh, lecker, jetzt ein Fischbrötchen. Manchmal beißt du da rein. Und da ist so einen extrem salzigen Geschmack drauf. Fisch und Salz? Passt das? Wie beim Seelachs, was ist das denn? Oh, da schmeckt es nach Seelachs. Es hat irgendwie so einen richtig aufdringlichen Geschmack vor der Grunde. Was auf jeden Fall übelst Durst macht. Ein bisschen unangenehm ist. Aber dann kommt die Schärfe. Und die Schärfe ist wieder top. Also die Schärfe finde ich toll. Die Schärfe mag ich. Die Schärfe merkst du wenigstens richtig. Aber ich komme auf diesen anderen Geschmack nicht klar. Keine Ahnung. Veronika, wenn du das siehst und wenn du Schreiber kannst, schreib mal rein, was das ist. Oder schreib mir privat oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall schon noch sehr speziell. Vielleicht wenn ich zum Hannes gehe, vielleicht nehme ich mal sowas mit. Lass den auch mal probieren, wie der das findet. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Und hier ist noch alles grün. Hier ist auch jetzt überall Fleisch. Der arme Döner. Komplett versalzen. Komplett Seelachs Döner. Ganz neu. Schmeckt irgendwie wie Seelachs. Und Seelachs ist halt... Ich habe keine Ahnung. Das war es von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut euer Ramses.